Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feed the Beast. Jo, ich habe ein bisschen was geändert hier. Ihr seht hier, die Sachen sind weg, die habe ich jetzt hier hin verschoben. Dann habe ich hier Tanks hingebaut und den Akkumulator, der dieses Wasser da in das Teil reinpumpt, hiermit angeschlossen. Das heißt, wir machen jetzt aus Wasser unser Biogas und nicht mehr aus Apfelsaft, weil dann, ihr seht, das geht hier deutlich schneller. Ein bisschen Apfelsaft wurde hier schon gepresst, aber das ist alles, was daraus gepresst wurde. Und beim Wasser habe ich halt unendlich viel davon. Es geht viel schneller. Zudem habe ich diesen Part hier entfernt, wo Erde hergestellt wird. Die kann ich jetzt auch manuell nachfüllen. Eigentlich hatte ich keine Lust, einen neuen Macerator zu bauen und einen neuen Solar Panel, deswegen habe ich die abgebaut. Aber, pssst, niemandem sagen. Nein, egal. Okay. Ja, ich habe Advanced Solar Panels gebaut, wie ihr hier seht. Zwei Stück, eins steht schon hier. Und ein MFE, MFI. Zudem habe ich hier den Magma Crucible und so weiter abgebaut und noch ein paar andere Sachen gemacht. Bisschen viel Offscreen, aber eigentlich nicht so wichtige Sachen. Ähm, wir machen jetzt nämlich, unsere Energie habe ich mir überlegt aus Solarenergie. Das hier ist schon voll, genau wie das MFE, 600.000 EU. Das geht hier ziemlich schnell. Ich habe noch ein zweites Advanced Solar Panel gemacht. Später werden wir Tausende haben. Na, nicht Tausende. Aber schon ein paar, ähm, die dann unsere, unser, für unsere EU sorgen. So, hier ist noch der Geothermalgenerator mit den Badboxen. Die sind bis jetzt hier an die Maschinen angebracht und so weiter. Ähm, ja. Dann hier, das ist ein Coke-Ofen. Da packt man seine Kohle einfach rein und die wird dann zu Coal Coke. Und die, ähm, macht, ja, das Vierfache. Es kann vierfach so lange brennen wie die Kohle. Und ja, das dauert sehr lange, bis so eine Kohle bis dahin, ähm, äh, gedingst wurde. Und dabei wird auch so Kreosod-Eul hergestellt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber naja, ich habe hier das Bett hingebaut. Dann habe ich die Glasfront hochgezogen. Ähm, in der Küche haben wir jetzt diesen Boden hier und diese Wände. Das hier sind so eine, ähm, so eine halben, äh, Viertelblöcke oder Achtel, ähm, die ich da hingepackt habe. Dann können wir nämlich auf einer Seite die haben und auf der anderen Seite, wie hier jetzt zum Beispiel hier, das und da Holz. Obwohl das eigentlich ein Block wäre, theoretisch. So, da wird dann unser Magieraum hinkommen und da kommt dann das Lager oder irgendwas hin. Habe ich mir so überlegt. Wir werden das hier wahrscheinlich sogar mehr Etage machen, also zumindest diese Ecke hier. Weil ich dachte, es wäre vielleicht cool, wenn man diese Glasfront hier ziemlich hoch, viel höher hätte. Dann könnte man oben noch ein paar Sachen bauen. Man könnte auch oben das Lager hinbauen. Mal schauen, wie wir das machen wollen. Ähm, ja, okay. Das wäre es eigentlich. Ja, ich habe ein bisschen was gefahren. Wir haben jetzt ein bisschen Eisen und so weiter. Ähm, ich habe, ähm, schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Hier dieses Reinforced Glas. Und, ähm, hier Irradiant Glas Pane. Das braucht man später für die Advanced Dinger. Davon habe ich schon mal ein paar mehr gemacht. Advanced Solar Panels. Und ich habe ein, ähm, Quarry gebaut. Ein Quarry. Das werden wir heute anschließen. Das wird ja unsere Aufgabe. Das werden wir wahrscheinlich erstmal mit Biogas, ähm, steuern. Aber zuerst habe ich nämlich noch... Guck mal, wie viele Diamanten ich gefunden habe. Ich habe Diamanten gefunden. Dann war ich aber nur so Level 28. Habe noch ein bisschen Redstone abgebaut. Dann war ich Level 30. Habe diese geile Spitzsack hier enchanted. Und dann habe ich aus 8 Diamanten oder so, die ich gefunden habe, 9... Ne, 30... Ne, 29 Stück rausbekommen. 29. Aus 8? Ne, das waren bestimmt 12 oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Davon habe ich eine Mining Turtle gebaut. Und die wird für uns jetzt, ähm... Tin haben wir sehr wenig und Kupfer. Das heißt, äh, auf der Tin- und Kupferhöhe farmen gehen. Jetzt müssen wir mal eben schauen, wo wir die aussetzen wollen. Hier unten ging es doch irgendwo zu diesem Gang runter, den ich mal gebaut hatte. Genau. Äh, das Quarry werden wir etwas weiter wegbauen, damit das nicht da irgendwo langgräbt, wo wir schon mal waren. Das wäre nämlich ein bisschen doof. So, machen wir das mal... Ähm... In diese Richtung, glaube ich. Und dann müssen wir da gleich das Programm reinschreiben. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen, ähm... Holzkohle holen. Hallo, kannst du mal hier hochgehen. Danke, danke, danke. Schön mit dem Jetpack, das wir uns das letzte Mal gemacht haben. So, und, äh... Charcoal müsste ich eigentlich noch hier haben, genau. Hab letztens ein bisschen Holz von der, ähm, Baumfarm in Charcoal gemacht. Keine Ahnung, warum. Die ist eigentlich nutzlos, aber dafür kann man die halt verwenden. So, hier kommt da die rein. Hier werden dann die Sachen, die, ähm, gemeint werden, ähm, reinkommen. Und wir machen jetzt Tunnel und die Weite machen wir erstmal 50. Item Renderer. Okay. Das war blöd. Und jetzt geht der los. Mal schauen, was der, in welche Richtung der geht. Okay. Also der fängt jetzt so an, macht diesen 3x2 Tunnel, 50 Blöcke, also 50 von diesen Blöcken, 1, 2, 3, in diese Richtung. Voll automatisch. Und das, was er dabei sammelt, kommt hier rein. Und, ja. Jetzt können wir zum Beispiel dann hinterher hier hingehen und, ähm, die Sachen einsammeln, die jetzt hier so sind. Das hier müsste eigentlich Tin sein, genau. Habe ich doch richtig erkannt. Und, ja. Ist ziemlich hilfreich. Und, ja. Wir werden dann später mal vorbeischauen, wenn das Teil ein bisschen was abgebuddelt hat. Und erstmal wieder hier hochgehen. Oh Mann, mit dem Jetpack dauert das lange. Springen wir mal, genau so. So, das packe ich erstmal jetzt hier rein. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Liegt das jetzt an dem Teil? Das finde ich aber schade. Ähm. Hallo? Komm mal in Ordnung hier. Mein Gott. Stopp. So. Ähm. Haben wir denn noch? Wir brauchen noch von diesen Biogas-Engines. Und die baut man wie folgt. Ihr seht schon hier rechts, da ist ein bisschen Railcraft-Tracks und sowas. Ähm. Und zwar möchte ich die Items, die das Quarry rauspumpt, später mit, äh, Minecarts transportieren. Weil ich kann. Nicht mit Pipes, die sind langweilig. Wir nehmen Minecarts dafür, genau. So. Okay. Ähm. Ich wollte irgendwas machen. Biogas-Engine. Biogas. Engine. Okay, wir brauchen Bronze und Bronze und Piston. Aber die Frames sind grad scheiße. Boah. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Okay. Bisschen Bronze. Haben wir hier noch bisschen was an Bronze? Bisschen? Nö. Ähm. Okay. Dann werden wir wohl... Weiß ich nicht. Erstmal nur ein paar machen. So. Das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Jetzt haben wir keinen Kupfer mehr. Das ist schon mal sehr scheiße. So. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Und, ähm... Cubblestone war hier, glaub ich, drin. Genau. Jetzt machen wir uns erstmal ein paar Sticks. So. So. Ups. Und so. Machen wir uns ein paar von diesen Rädern. Dann ein paar von diesen Rädern. So. Dann ein paar von diesen Rädern. Mein Gott. Kostet das viel. Und... Äh... Da. Ein paar von... Jetzt muss ich aufpassen. Ich mach erstmal vier Stück davon. So. Hallo? Ach, Stone... Oh nein. Na okay. Scheiße. Äh... Stonegear hab ich hier sogar noch. Äh... Verdammt. Das war jetzt ein bisschen doof. Na okay. Ist jetzt auch nicht... Ups. So schlimm. So schlimm. Kann ich noch verkraften. Gerade so. Ähm... Ja. Dann so. Perfekt. Und dann so. Ähm... So. Und Pistons. Zwei Biogas-Engines. Dann holen wir uns noch diese hier dazu. Komm her. Den Leaver nehmen wir auch mal mit. Ähm... Ein bisschen Redstone. Und dann brauchen wir noch diese komischen Fackeln. Diese Landmarks. Die machen wir aus Lappes. Und Redstone Torch, glaube ich. Ja. So. Ähm... Warum ruckelt das auf einmal so? Warum sind die Frames so scheiße? Das gefällt mir nicht. Ähm... Wir werden jetzt mal ein Stück weggehen. Und dabei ein bisschen Kabel mitnehmen. So erstmal das Jetpack neu aufladen. Das machen wir am besten hier. So. Kurz warten. Tadüm. Ähm... Jetzt haben wir drei Engines. Ach, wir brauchen noch so Conductive Pipes. Genau. Dazu nehmen wir uns einfach mal. Wir haben genug Gold. Da können wir auch Goldpipes machen. Wozu der Geiz? So. 40 Stück. Dürften erstmal reichen. Und so werden die dann zu Conductive Pipes. So. Okay. 40 Golden Conductive Pipes. Dann brauche ich aber, glaube ich, noch Wooden Conductive Pipes. So. Ich habe kein Glas mehr. Glas. Glas. Kein Glas. Hallo. Ich habe kein Glas mehr. Stopp. Ah, ich habe noch Glas. Glück gehabt. So, das Teil ist fertig. Das war jetzt zu viel des guten WTF. Äh, ja. Okay. Hä, 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 hä. Scheiße. WTF. Na, okay. Ähm, ja. Sehr gut. Sehr gute Aktion. Und dann brauchen wir jetzt nochmal eben eine Kiste. Die wir mit Eisen umhüllen. Ich glaube, so macht man diese Eisenkisten. Genau. Und diese Kiste umhüllen wir dann nochmal mit Gold. Wozu der Geiz? Haben wir jetzt eine Goldkiste, wo erstmal die ganzen Sachen dann reingepumpt werden. Alles klar. So, wir brauchen noch Pipes. Die hätten wir hier. Und dann geht es erstmal auf nach irgendwo. So. Ähm. Oder wollen wir das unterirdisch hier drunter machen? Weiß ich gerade nicht. Könnte man natürlich auch tun. Ähm. Näh. Näh. Muss nicht sein. Machen wir irgendwo hier hinten im Wasser. Sodass man das am besten nicht sieht. Fliegen wir ein bisschen lang hier. Hier schön an dem Vulkan vorbei. Das ist doch toll. Hui. Das ist übrigens ein Riesenvulkan. So. Auf geht's. Da ist ein bisschen Land. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Man sieht das Home von hier nicht mehr. Das heißt, wir machen das jetzt einfach an einer relativ tiefen Stelle am besten. Relativ tief. Ähm. Ja. Okay. Machen wir hier. Die erste Dingens. Wir machen das direkt volle Größe. Würde ich jetzt mal so sagen. Wir machen hier keine halben Sachen. So. Wir sind jetzt bei plus 5 und gehen jetzt zu 69. 69. 69 ist hier. Und jetzt sind wir hier bei 236. Und gehen jetzt ein ganz schönes Stück. Nämlich zu 200, 100 irgendwas. Äh. Hier hin. So. Ne. Ich muss aber hier. So. Das müsste jetzt hier korrekt sein. Genau. Und dann kommt hier eine Torch hin. Da hinten kommt eine Torch hin. Jetzt bin ich doch relativ nah da dran. Aber das sieht man ja nicht. gar kein Problem. Ne. Und dann muss noch da hinten eine Torch hin. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Hoffe ich mal. Mit Quarries hatte ich schon immer so meine Probleme. Mit diesen Markierungen hier vor allem. Ja. Ey. Stopp. Halt. Stopp. So. Ähm. Das geht nicht. Okay. Das schon mal scheiße. Dann gehen wir nochmal zu dieser Landmarke. Hallo. Und machen da mal rechtsklick. Funktioniert auch nicht. Okay. Ich werde mal eben gucken, was ich hier falsch gemacht habe. Und wir sehen uns dann gleich. Ha. Jetzt geht's. Ich hatte wohl irgendwie ein bisschen was falsch gemacht. Ähm. Ja. Die waren irgendwie ein Block immer falsch. So. Das ist jetzt okay. Na. Hier will ich jetzt keine Strömung haben. Um. Unbedingt. Muss jetzt nicht sein. Sein. Ups. Jetzt funktioniert doch mal hier. So. Und weg. So. Als nächstes. Das Quarry packe ich da hinten bei der Landmark hin. Damit das am nächsten an unserem Haus dran ist. So. Auf geht's. Ähm. Quarry. Kawori. Du kommst da hin. So. Sehr nice. Da hinten. Okay. Ist alles über dem Wasser. Sehr schön. Dann. müssen wir jetzt die Engines platzieren. Das mache ich einfach. Ja. Das dürfte doch relativ simpel sein. So. Ähm. Ähm. Ja. Noch eine Reihe nach hinten. Mal schauen. wie wir das hier am besten machen. So. Sehr nice. Nochmal abbauen. Ich habe jetzt kein Drehgerät. Das muss ich mir wahrscheinlich gleich noch herstellen. Hier kommen die Wooden Conductive Pipes hin. Dann kommt da das Teil hin. Da das Teil. Oh. Brauche ich doch nicht. Sehr nice. Ähm. Dann kommen die Golden Conductive Pipes. Da hin. Als nächstes brauchen wir dann noch. Ähm. Das hier. Bisschen Redstone. Und ne. Leaver. So. Dann. Müssen wir. Eben. Das Transport. Pipe hier. Ranbauen. So. Und dann noch die Goldkiste. Perfekt. So. Jetzt müssen wir die, ähm. Die, äh. Dinger da powern. Wie heißen die nochmal? Habe ich schon vergessen. Sehr gut. Äh. Biogas Engines. Genau. Dafür brauchen wir pro Stück ein La... Äh. Ein Eimer mit Lava. Und, ähm. Dann noch Biogas. Und ich würde sagen, den, ähm. Biogas Herstellergerät. Dingenskirchens. Das Teil hier. Fermenter. Ey. Warum läuft der hier nicht mehr? Ähm. Ich glaube, ich werde das Teil abbauen. Und zusammen mit dem Fermenter da hinten hinstellen, damit da das Biogas produziert wird. Hier habe ich, glaube ich, erstmal genug von dem Zeug. So. Dann brauche ich noch diese Dinger. Die Pair. Dafür brauche ich nicht unbedingt die Spitzhacke. So. Alter, wie das Wasser da so halb rausfliegt. So. Da hinten komme ich gerade nicht ran. Äh. Lass mich hier durch. Danke. So. Hallo. Hallo. Lässt du mich hier bitte durch? So. So. Und so. Alles weg. Alles weg. Alles kaputt gemacht. Mua. So. Und. Das wird da wieder rangemacht. Dann. Klauen wir uns dieses Teil hier. Ich hoffe, ich habe jetzt Fertilizer und Saplings. Hole ich mir nochmal ein paar neue. So. Ähm. Dann. War es das, glaube ich, eigentlich. Jetzt brauche ich noch eben das Teil und das Teil. Und den Leaver. Und wir sind ready to go. Ach nee. Eimer. Eimer. Gehen wir mal hier eben Lava holen. Solange ich da noch welche habe, kann ich die auch da holen. Und ich hatte hier, glaube ich, noch irgendwo Biomasse Zellen. Genau. Kann ich auch erst mal zum Starten der Maschine benutzen. Und. Ähm. Ja. Dann wird das da gleich alles schön angeschlossen. Und dann mal schauen, wie das so wird hier, ne? Mal gucken. Und vor allem, wie schnell das Gerät dadurch wird. Das läuft da mit 15 MJ pro Tick. Das ist ja doch schon ein bisschen was. So. Platzieren wir aber erst mal diese Teile. Und ich würde sagen. Ups. Wir erweitern die Plattform hier nochmal ein Stück. Weil später will ich vielleicht noch mehr Biogas Engines da hinzufügen. Und dann machen wir das mal mit ein bisschen Abstand. So. Du kommst weg. So. Ähm. Der Fermenter ist dieses Gerät. Der kommt jetzt einfach... Jetzt habe ich keine Blöcke mehr. Der kommt jetzt einfach mal hier hin. So. Ähm. Da kommt später das Zeug raus. Machen wir das mal so. Ihr kommt schon mal... Ihr bekommt schon mal ein bisschen Lava in euch rein. So. Und... So. Und dann... Machen wir das noch nicht. Als nächstes kommt dann der... Akkumulator. Ne. Wir machen zuerst mal dieses Teil hier ran. Ey. So. So. Ähm. Na okay. Nehmen wir jetzt einen Dirtblock. Dann noch einen Lever. So. Und... Ähm. Der Akkumulator... Kommt der ganz... Muss der ganz nach unter Wasser. Ganz nach unter Wasser drinne. Oh. Ich muss gleich mal eben kurz ne Aufnahmepause machen. Ey. Gib mir das wieder. Hups. Ey. Ey ey ey. Stopp. So. Hover Mode wird jetzt mal ausgemacht. So. Da da da. Und so. Jetzt geht das Wasser da rein. Wird fermentet. Dann haben wir Biogas. Das wird da rausgepumpt. Kommt hier in die Engines rein. Und wenn ich jetzt den Lever hier... Noch nicht drücke. Ähm. Aber dann später wird das hier... Werden die Engines angehen. Und ähm... Das Quarry wird gepowert. Haha. Sehr nice. Sehr nice. So. Also. Warum will der hier noch nicht? Ach der braucht auch noch Power. Genau. Stimmt ja. Da muss ich... Ah. Okay. Das heißt ein Teil der Power muss auch noch... Hier entlang. Das heißt ich muss jetzt diese Engines hier schon mal anmachen. Verdammt. Geh an. So. Dann wird das hier erwärmt. Das hier wird reingesackt. Und dann wird der hier gepowert. Und dann wird der hier Biogas herstellen. Das ist schon mal gut. Und das können wir schon mal ans Quarry anschließen. Und dann sehen wir da hinten, dass ein bisschen was ausge... Ach ne. Das Gerüst wird jetzt gebaut. Oh. Das geht schon relativ schnell. Und das nur mit einer Engine. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Hier wird dann schon... Hier wurde schon Biogas hergestellt. Sehr nice. Sehr nice. Na okay. Ich werde jetzt... Na die anderen Engines sind ja auch an. Die werden dann gleich angehen. Und ähm... Ich werde jetzt mal eben die Aufnahmen unterbrechen. Und... Warum gehen die... Achso. Die haben noch nicht genug Biomasse. Na komm. Fülle ich den jetzt auch nochmal eben damit. Und ähm... Ja. Ich würde sagen. Wir sehen uns dann gleich. Bis gleich. Das war jetzt doppelt gemobbelt. Na. Bis dann. So. Da sind wir wieder. Und ja. Das Teil hier baut sich ziemlich schnell auf. Hier ist jetzt auch schön Biogas schon mal drin. Ich muss hier Tanks hinbauen glaube ich. Weil dieses hier produziert ganz schön schnell. Frisst aber auch ganz schön viele Saplings. Und ja. Das Gerüst ist jetzt schon gebaut. Und... Oh. Da kommt das Gerät. Das uns hier die Sachen rausgräbt. Und die Items müssten... Ja. Dann... Ähm. Hier rauskommen. Und in die Kiste gehen. Die gar nicht hier reinpasst. In mein Bild. Okay. Sehr. Äh. Das sieht sehr exotisch aus. Ähm. Ja. Okay. So. Wo kommen denn jetzt die Sachen hin, die der ausgräbt? Hallo? Ach der gräbt noch gar nicht. Guck mal. Ah doch. Jetzt gräbt er. Und? Wo spuckt er dann die Sachen aus? Die müssten doch... Ah. Okay. Die sind jetzt also da reingekommen. Alles klar. Okay. Okay. Sehr nice. Sehr nice. Das füllt sich also dann da. Ähm. Ich kann leider nicht im Fullscreen spielen, weil das dann noch mehr ruckelt. Und das ist glaube ich nicht ganz so angenehm. Und deswegen geht das nicht. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall. Das hier läuft. Das hier füllt sich immer mehr mit Biogas, die Engines. Ich kann neue dazu bauen. Ich gehe mal im Schlafen, weil das ist ja nervig hier. So. Mal eben da hingehen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir noch so machen können. Wir können gleich mal eben bei der Mining Turtle vorbeischauen und vielleicht hier noch ein bisschen was bauen. Ja, ein bisschen was bauen klingt gut. Ähm. Ah, das Glas connectet nicht zu diesen halben Wänden. Das ist schade. Dann muss ich das wohl doch anders bauen. Schade. Schade. Das ist doof. Aber naja, kann man jetzt nichts dran ändern. Ähm. So. Auf geht's. Mal eben gucken bei der Turtle, was bei der so abgeht. Mal schauen, wie weit die ist. Ähm. So. Hallo. Oh. Das ist doch schon ein ganz schönes Stückchen. Ich platze hier mal Fackeln, während ich hier ein bisschen lang renne. Dann können wir mal schauen. Oh, okay. Kupfer hat sie auf jeden Fall gefunden. Und 295 Items hat sie gemeint. So, okay. Das. Achso, das ist ja Charcoal. Alter, verbraucht der wenig. Okay. Das ist doch schon mal nice. Dann lassen wir den einfach mal Tunnel 100 graben. Ey, was ist das hier? 100. Und dann nehmen wir dem mal hier die Sachen raus. Und dann kann er hier schön weiterbuddeln. Da ist überall Kupfer in den Wänden und so weiter. Das werde ich dann später mal rausholen. Und ja. Das ging doch relativ gut. Auch relativ schnell. Das ist doch schön. Dann können wir dann später da vielleicht auch eine kleine Stripmine machen. Also wo man dann immer so kleine Gänge baut. Kann ich dann ja machen. Nach Kupfer und sowas suchen halt. So, das und das muss noch einsortiert werden. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Kohle und Flint haben wir. Flint kommt, glaube ich, hier hin. Und Kohle kommt da hin. So, wir müssen mal eben den Flugmodus ändern. Und ja. Dann, was brauchen wir? Tanks. Wir haben hier so viel Tank, ne? Tänke. Tanks. Ähm. Das hier müssen wir durch eine Holz-Waterproof-Pipe ersetzen. Von Holz-Pipes haben wir jetzt relativ viele. Ach, wir haben sogar eine Waterproof. Dann noch eine Engine. So. Und, äh, ein Lever. So. Okay. Auf geht's. Da kommt das hin. Dann kommt da das hin. Und das kommt da hin. Und dann kommt das da hin. So. Perfekt. So. Okay. Dann können wir ja ein bisschen was bauen. Und zwar will ich einmal in die Küche. Sollen so Macerator und sowas hin. So ein paar kleinere Maschinen. Tisch und so weiter. Hier kommen dann auch so ein paar Tische hin vielleicht. Und ja, hier und das Design. Da wüsste ich jetzt noch gar nicht, was ich machen möchte. Ich nehme erstmal hier die Axt und baue das wieder ab. Damit das, ähm, Glas da vernünftig connecten kann. Ja. Ähm. Das kommt dann hier in die Küste. Und dann nehmen wir uns das hier. Und als Wand könnte man ja vielleicht den Red Cobblestone nehmen. Nee. Ich muss irgendwas nehmen, was ich zerschneiden kann. Ähm. Mal schauen. Da gibt es ja jetzt nicht so viel. Vielleicht hier den Basalt nehmen. Und, ähm, als Boden vielleicht den Red Rock. Ähm. Weiß ich nicht. Oder als Boden doch lieber Cobblestone. Mal schauen. Ich gucke mal eben. Habe ich da schon Boden? Nee, habe ich noch nicht reingepackt. Säge habe ich auf jeden Fall dabei. Dann gucken wir erstmal, wie das aussieht, wenn wir das jetzt hier so schön zerschneiden. So und so. Die Musik ist gerade ein bisschen laut. Für mich zumindest. So. Können wir das jetzt hier einfach platzieren. Und dann haben wir hier unsere Wände. Das ist doch schön. Blume, geh weg. Das geht leider nicht, dass man das noch bei Blumen mit dazu platzieren kann. Ähm. Ja. Und dann können wir hier... Ja doch, das passt. Dann machen wir davon mal eben ein paar mehr. Wo ist die Säge? Da ist sie. So. Dann haben wir davon ein Stack. Perfekt. Hups. So. So. Da muss jetzt mal eben wieder das Holz hin. Das heißt, hier können wir leider keine schwarzen Dings machen. Theoretisch könnten wir das jetzt da einfach ranklatschen. Aber nein. Das machen wir nicht. So. Als Fußboden. Da könnte man... Weiß ich nicht was nehmen. Man könnte zumindest auf jeden Fall schon mal das Jetpack wieder... Ähm. Powern. So. Und dann gucken wir nochmal hier rein. Da könnte man natürlich auch ganz normalen Clean Stone jetzt nehmen. Ähm. Können wir das einfach mal testen. Ja. Ich denke mal, das wird da die beste Möglichkeit sein. Einfach den Clean Stone zu nehmen. Wir müssen mal eben was von diesen Teilen hier machen. Damit ich die eben hier hinpacken kann. mal kann ich nicht noch hier irgendwo einen hinpacken. Da geht doch noch. Bin ich die Glöcke wenigstens los so. Ha. Ha. Okay. Also das wird jetzt einmal zerschnitten. Machen wir mal einen Stack voll. Dann wird davon ein bisschen was so zerschnitten. Und dann bauen wir das so wieder zusammen. Okay. Und dann wird das jetzt einfach nur hier platziert. So. So und so und so. Perfekt. Ja doch, das geht so. In dem Raum. So ein bisschen kälterer Raum. Ähm. Ups. Passt eigentlich. Von der Thematik her hier rein. Ja. Ich denke schon. Ey. Was war das denn, ey? Voll am Flackern gewesen. Ey. Ach. Ich darf da wahrscheinlich nicht draufstehen, während ich das platziere. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was davon eben zerschneiden. So. Und dann wieder zusammenbauen. So. Eins. Und da drunter kommt was anderes. Okay. Dann. Ähm. Brauchen wir noch mal eben davon etwas. So. Okay. Das ist doch schon mal ganz nett. Ey. Lass mich da durch. Der Kokofen ist auch fertig. Sehr schön. So. Ähm. 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 Erstmal hier alles reinschmeißen. Einfach rein. Das geht schon. So. Was wollte ich holen? Irgendwas, was wir noch unter das andere Teil packen können. Machen wir mal. Na. Ja. Ja. Machen wir doch das mal. Das blaue Teil hier. Ey. Ich vergesse mal, dass ich kein Jetpack anhabe. Jetzt habe ich ein Jetpack an. Haha. Okay. Auf geht's. Ab nach hier. Und bam. Haben wir da einen blauen Block drunter. Sehr nice. Und dann kann man hier noch so die anderen Sachen hinstellen, die man braucht. Okay. Ähm. Ich hätte jetzt zumindest schon mal die Wand noch etwas höher ziehen können. Und ich würde sagen, gleich gucken wir nochmal eben beim Quarry vorbei. Und dann beenden wir den Part. Eben die Decke da hochziehen. Weil der wird jetzt auch schon relativ lang wieder. Bestimmt auch super langweilig. Ähm. Aber das ist ja immer so bei mir. Ah. So. Sehr nice. Sehr nice. So. So gefällt uns das. Sehr schön. Jawohl. Oh ja. Juhu. Toll. Ja. Sehr kalter Raum. Kann bestimmt noch ein bisschen was dekorieren. Hier ist die Küche. Hier ist dann unser Flur sozusagen. Hier ist dann ein bisschen so das Wohnzimmer. Und ja. Es wird langsam. Es wird. Hier die Maschinen kommen dann alle schön weg. Und ja. Wir gehen jetzt nochmal eben zum Quarry rüber. Blume habe ich da. Die Erde. Kommt hier rein. Das Holz behalte ich einfach jetzt mal eben. Okay. Ab nach da hinten. Mal schauen. Wie weit das Teil ist. Bin ich auch mal ein bisschen gespannt. Wie schnell das hier so geht. Ob das überhaupt noch läuft hier alles. Vielleicht hätte ich ein paar Saplings mitbringen sollen. Aber nein. Auf solche Dinge komme ich nicht. Nein. Mach ich nicht. Aber es läuft auf jeden Fall noch. Das ist doch schon mal schön. Ähm. Das ist nicht Vollspeed. Das geht bestimmt noch schneller. Mal sehen. Oh. Ich wollte Tanks machen. Äh. Tanks. So. Nur noch ein paar Saplings da. Ähm. Müsste aber jetzt wieder Biogas genau produzieren. Mal schauen. Ein Blick in die Kiste. Da ist schon ganz schön was zusammengekommen. Und das läuft gerade mal eine kurze Zeit jetzt. Das ist dann doch schon relativ viel. Basalt, Kabel, Stone, Dirt, Clay, Sand. Ähm. Ja. Okay. Ich würde sagen, damit beenden wir den Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und natürlich zu kommentieren. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.